damit ein guter wie willkommen zu einer weiteren runde von let's play wir spielen mit leck kampagnen als rastlos verkehrt noch ganz kurz die verlorene stadt noch mal als extrem gut der sechs überlegt extrem kündig übernächsten und den justiz extrem 60.000 punkte was machen wir immer mehr zeitbegrenzung für mindete gesundheit ausrüstungsständig deaktivieren gut du wirst hier sterben Seh ich nicht so. Beleidigen kann ich, ja? Kenn dich gar nicht. Jetzt ist er noch am zappeln. Oh, der Kunstleiner. Ah, der Kunstleiner. Der will es aber wissen. Ich kann dir deine Mama. Man geht nicht auf Mitte. Das sagen die Schüler immer. Die Klassenkonferenz. Arkham City wird das letzte sein, was du siehst. Moin. Wünscht dir gleich, dass man nicht wie geboren hätte! Wir können jetzt erst, dass wir uns schon der 2. Medaillinieren. So geht das, ne? Da war die schon die zweite Medaille Was ist los Nightwing, muss man dich etwa retten? Der Boss will, dass du stirbst, und wir werden jetzt reine... Das wird weg, Streak Ich glaube, bisher läuft's ganz gut mit Philo's Free Flow Und da haben wir, da haben wir Und die zweite Medaille Ey, kaum, kaum sage ich das mit Philo's Free Flow, musst du mich da aus der Combo quatschen Das zählt dir irgendwo zwischen Ben Geht schon wieder auf die Mitte Lass ihn sehen Wenn wir mit dir fertig sind, erkenne dich nicht mal mit einer Mutter Du hast überhaupt keine Chance Wenn ich fertig bin, erkenne dich nicht mal Mutti wieder Zeit, jemandem die Flügel zu stutzen Ich räume hier gerade ab und die sind alle so großkotzig, ja? Ich weiß deren Ernst Und tschüss Also, wenn... Ach denn noch eine Kampagne schaffen, weiß ich nicht Aber die auf jeden Fall Nur in der Zeit Wenn ich denn nur noch ein Essen machen will So, dreifacher Kopfschuss Wie ist es jetzt das gute Minus, muss ich wieder zu schluss Dreifacher Kopfschuss, könnte leider der Problem sein Ähh Lass das alles Vor allem, wenn ich scheiße ziele Ja Füße zuerst gute Minus zu müssen, sind machbar Aber dreifacher Kopfschuss Was ein Mist Da muss ich echt gut zielen Weil ein Schuss geht daneben Und dann... Wiederhole ich die ganzen Sponsens Gucken, zum Beispiel, der bewegt sich Anscheinend hat Batman seinen Vertreter zur Party geschickt Das ist unhöflich und gegen die Regeln Findet diesen Nightwing Und zeigt ihm das mit ihr nicht zu Spaß nicht Alle Einheiten sollen Nightwing angreifen Das war ein Kopfschuss Das war ein Kopfschuss Mann, am Boden Spürst du schon den Druck? Alle Einheiten von Nightwing angreifen Detektivstörgerät, ne? Sprengladung färf Also, mit Sprengladung wird auch kein Problem Lagerpflicht Kontakt Kontakt Lagerpflicht Kontakt Kann ich nicht von einem Balkon zum anderen immer hin und her Kann ich nicht von einem Balkon zum anderen immer hin und her Ich hab den gehört wo ist der hin Kann ich nicht da gehen Kann ich nicht da gehen Sprengladung färf Machen wir das halt Geht da keiner mehr hin? Ja Hallo Mein Kumpel ist ja eben umgefallen Zwei weniger Fehlt nur noch der Rest Alle Einheiten sollen Das war der zweite Kopfschuss Das muss nur noch einmal gelingen Hoffentlich denkst du nicht, dass du irgendeinen Sieg über mich errungen hast Das war keiner Verwundeter Bei meiner Position Verwundeter Bei meiner Position Das ist erstmal jetzt ein bisschen umgeflückt das jetzt Na geht da keiner hin Hallo Das ist auch genau drei sein müssen, ne? Gibt's Sichtkontakt zur Zielperson Gibt's Sichtkontakt zur Zielperson? Läuft nicht einer noch mit so'n Dort wird's rum Wechsel auf Ärmelbild Da ist einer Aussichtspunkt gesichert Keine Spur vom Ziel Wechsel auf Ärmelbild Sehr gut Sehr gut Jetzt guckt er sich das an, dann bleibt da stehen Aus Nein Genau das, was ich nicht wollte Ey, dieser eine Millimeter da, ne? Ey, ich hasse das Ich glaube, wird nur die eine Kampagne noch heute Das sieht sich jetzt voll, dieses Projekt Nur, weil ich die Die Sachen ja alle durchheize Oh ich bin wieder schnell hinter uns sein deine anwesenheit langweilig jetzt schon kontakt gegnerisches gerät gefunden wie kannst du ein gegneres gerät finden wechsel auf ärme bild aussichtspunkt gesichert keine spur von ziel das ist einfach nicht genug ihr kriterisch aussichtspunkt gesichert keine spur von zielperson ich bin schade Der läuft aber hin und her, deswegen warte ich jetzt, bis er wieder hierher kommt. Die Frage ist jetzt nur, zu welchen er geht. Ne. Ne. Aussichtspunkt gesichert, keine Spur zur Zielperson. Nochmal zack. Also was haben wir eben auch und dann ist der Mist passiert. Gibt Sichtkontakt zur Zielperson? Dort wo der herkam, gibt es noch mehr als die Umköpfe. Da sind nur die Wasserspeier innen. Oder irgendeine alte Position. Ne. Wurde nicht zu eurem Buddy. Wechsel auf Wärmebild. Aussichtspunkt gesichert. Keine Spur von Zielpersonen. Scheiße. Der Winkel ist scheiße. Mal gucken, ob es denn herläuft. Kontakt. Gegner ist das Gerät gefunden. Na also. Jetzt kann ich auch reingehen und Mist bauen. Kontakt. Gegner ist das Gerät gefunden. Endlich können wir rein und den Nürnster erliegen. Sogar noch deutlich schlechter als ich gedacht habe. Alle Einheiten sollen Nightwing angreifen. Die Zielperson kommt hier lang. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Pass auf, wo du hinziehst. Ziel weiter verfolgen. Konzentration nicht verlieren. So viele Minen angepackt. Ich sehe die natürlich nicht. Alle Einheiten sollen Nightwing angreifen. Komm macht Sprengladung scharf. Den verfolge ich jetzt. Los, bringen wir es an. Gibt Sichtkontakt zur Zielperson? Gibt Sichtkontakt zur Zielperson? Gibt es? noch ein stück weiter das ist natürlich daher lautet die frage wohl wer verliert du und jetzt war eigentlich dass du allein mich besiegen könnte schneiden weil du diesen idioten ausgeschaltet hast bist du nicht besser als ich verwundeter am besten ist jetzt eigentlich wir machen auf den geiseln nehmen diese karte Ich hatte die Leidenschaft. Das Zielversuch versucht uns abzulenken. Da gibt es gar keine Geisel. Ich dachte bei den extremen Versionen gab es immer eine Geisel. Nein, gibt es nicht. Schade, ne? Das war doch aber, wenn... Ne, wenn ich auf einem stehe. Spürst du schon den Druck? Alle Einheiten sollen Nightwing angreifen. Ja, das ist gut. Komm, komm, komm. Geh noch weiter. Ich kann meine Sachen nicht steuern, sonst... Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Würde der dort hingehen, wo ich... Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Perfekt. Boah, 10 Minuten, ach du Scheiße. Egal. Damit bleibt nur noch einer übrig. Den wird keiner vermissen. Du hast mir damit nur verraten, dass du dort bist. Der hat erstmal den Posten geküsst. Und tschüss. Ja! Also damit ist auf jeden Fall der Genickbruch garantiert. So, dann machen wir noch die Kampfkarte und dann ist fertig heute. Ich hab langsam Hunger. Wie ihr seht, extrem zwei, drei Startpunkte und ich bin mal schauen, die Modifikation sind. Waffenlager, keine Kontersymbole, aber dafür sind meine Projektile stärker. Wir erledigen dich, du Freak! Das werden wir sehen. Scheiße! Ja! Zeit, jemandem die Flügel zu stützen! Ich bin ja wieder schön, wenn den Boden ausschalten gelingt, ne? Was mach ich denn? Das hätten jetzt eigentlich schon locker die 8000 angenommen worden. Die gibt's jetzt, glaub ich, schon. So oder so. Das hätten auch schon mehr sein können. Wenn ich fersig bin, erkenne ich nicht mal mit deiner Mama. Hab. Hab. Ich wieder. Mütter. Ganz auch nicht. Mach. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Was hältst du schon bei einem bösen Sounddelay? Ey! Was sprichst du denn ab? Guck mal, ich hätte die Kombos sogar schön abschließen können. Na gut, 7000 kriegen wir ja wohl hin. In der letzten Runde. Oder 6000 gelingen. Trotzdem. Keine Sorgen, mein Dring. Der Stauert. Lange. Ey, aber so nicht. Mutti erkennt dich nicht wieder, wenn wir mit dir fertig sind. Tja, komm mal los. Da sind... Ja, das doch sein, wenn wir jetzt irgendwas stehen. Und da. Da haben wir jetzt doch die... Das ist immer noch ein Problem. Nein. ... ... ... ... ... ... ... ... Ammendein face